Ich übe mich in dem Versuch, als ein Anarch zu leben. Bevor du dir ein falsches Bild von mir bereit bist zu erstellen, werde ich mich selber dir erhellen mit dem, was deine Neugier stillt. Ich übe mich in dem Versuch, als ein Anarch zu leben. Für alle Braven ist das Fluch, weil ein Anarch sich nicht einweben lässt in ihre Ordnungswelten. Ein Anarch will selber segeln, kreuz und quer, für ihn gelten, nicht in erster Linie regeln. Ein Anarch will selber denken, situationsangemessen, lässt sich nicht in Schablonen pressen, will selbst entscheiden, selber lenken. Ein Anarch will mitarbeiten, dort, wo es ihm sinnvoll düngt. Ein Anarch will gegenstreiten, wo sich die Mehrheit nur verrenkt. Ein Anarch kann sich verweigern, wenn ihn sein Gewissen quält. Ein Anarch will Leben steigern, deshalb hat er die Art gewählt, als ein Anarch zu leben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Veranstaltungen des ZDF für funk, 2017 Veranstaltungen des ZDF für funk, 2017 und Öntgen eine Art gewählt, als etwas wichtiger ist in Shunás zu leben. Vielen Dank.